Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für Vanille-Cupcakes. Vanille-Cupcakes sind die gängigste Sorte in der Familie der Cupcakes. Das liegt daran, dass sie vielen Leuten sehr gut schmecken und sie am meisten Raum zur eigenen Gestaltung bieten. Aus den Vanille-Cupcakes kann man sehr schöne eigene Kreationen schaffen, die nicht nur den Kindern gut gefallen und vor allem auch schmecken. Für zwölf Stück werden folgende Zutaten benötigt. 115 Gramm Butter 130 Gramm Zucker 3 Eier 3 Tropfen Vanille-Roma Zitrone Prise Salz 60 Milliliter Vollmilch 230 Gramm Puderzucker 115 Gramm Butter 2 Esslöffel Vollmilch Streusel nach Belieben Lebensmittelfarbe optional. Folgende Utensilien werden benötigt. Küchensieb Muffinform für zwölf Muffins 12 Muffinförmchen aus Papier 3 Schüsseln Reibe Handrührgerät Spritzbeutel mit Sterntülle Zubereitung Der Teig Die Zitrone gründlich waschen und den gelben Teil der Schale abreiben. Mehl in eine Schüssel sieben. Backpulver dazu sieben und Salz und Zitronenabrieb dazugeben. Alles gut vermischen. Die weiche Butter und den Zucker in eine Schüssel geben und mit dem Handrührgerät schaumig schlagen. Die Eier nun nach und nach dazugeben und verrühren. Zuletzt das Vanillearoma dazugeben und vermischen. Das Backen Zunächst ein Viertel des Mehls zu der Butter geben und einrühren. Dann kommen 20 Milliliter Milch dazu. Das geht so weiter, bis alles Mehl und 60 Milliliter Milch verbraucht sind. Den Teig in die Papierförmchen verteilen und in die Muffinform geben. Den Backofen auf 180 Grad Celsius vorheizen. Die Muffinform in den Ofen geben und 15 Minuten backen. Die Küchlein ganz abkühlen lassen. Die Glasur 115 Gramm weiche Butter in eine Schüssel geben. Drei Tropfen Vanillearoma dazugeben und alles schaumig schlagen. Den Puderzucker dann nach und nach einrühren, dabei das Handrührgerät auf eine möglichst kleine Stufe stellen. Zum Schluss etwas Milch dazugeben und alles noch einmal auf höchster Stufe durchschlagen. Wenn man möchte, kann man die Glasur jetzt mit Lebensmittelfarbe einfärben. Die Creme in einen Spritzbeutel füllen und dann auf den Küchlein verteilen. Nun kann man die Glasur mit Streuseln seiner Wahl weiter verzieren. Noch einige Tipps Die Kuchen sollten sehr locker sein. Daher sollte man sie auf keinen Fall zu lange backen. Nach einer Viertelstunde Backzeit sollte man einen Holzstäbchentest durchführen. Bleibt Teig an dem Holzstäbchen haften, sollten die Kuchen noch 2 bis 3 Minuten weiter backen. Als Beilagen eignen sich Zutat, Kaffee, Tee oder heiße Schokolade Viel Spaß bei der Zubereitung und guten Appetit! Zutat, Kaffee, Tee oder heiße Schokolade Zutat, Kaffee, Tee oder heiße Schokolade Zutat, Kaffee, Tee oder heiße Schokolade